1, 2, 3, 4 Servus! Hallo, Servus! Du, wie man mich schwer erkennen kann, ich habe ein bisschen ein Problem. Wir haben beim letzten Rennen die Stiefel geklatert. Und ja, jetzt baue ich welche und wollte fragen, ob wir da vielleicht was machen können. Mhm, mhm. Komm rein! Passt, super! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.